Hallo, hier ist wieder der Entdeckerfuchs. Bei der Nutzung eurer Toilette im Wohnwagen oder Wohnmobil entstehen auf Dauer unangenehme Gerüche. Also ein sehr leidiges Thema, welches ihr mit jeder Menge Chemie, die es auf dem Markt gibt, zu beheben versucht. Mit dem ein oder anderen Produkt klappt das mehr oder minder gut, aber es geht auch anders. Die Firma Sog hat ein System entwickelt, die Gerüche, die in der Toilettenkassette entstehen, abzuleiten. Somit benötigt ihr keine Chemie in eurer Kassettentoilette. Patrick Sieglohr von Sogsysteme wird mit uns ein System Schritt für Schritt einbauen. Also auf geht's! Ja, zur Soganlage. Ich erkläre erstmal das eigentliche Grundprinzip. Ist ja vielleicht manchen noch nicht bekannt oder nicht so weitläufig bekannt. Wir sagen mit unserem Sogsystem wollen wir die Toilette erstmal komplett geruchsfrei im Grunde machen und auch die komplette, kann man dann die komplette Toilette auch ohne Chemie betreiben. Und das erreichen wir erstmal vereinfacht dargestellt mit einem kleinen Ventilator, der an der Kassette angeschlossen wird über einen Schlauch. Und dieser Ventilator schaltet sich im Grunde immer ein, sobald man die Toilette benutzt, beziehungsweise öffnet. Beim Schieber öffnen fängt der Lüfter an zu laufen und saugt über das geöffnete Toilettenbecken frische Luft rein, sodass die Kassettendämpfe nicht mehr nach oben steigen. Und auch die beim Toiletten entstehenden, ich sag mal neu entstehenden Gerüche werden auch mit abgesaugt. Was das Toilette benutzen, komplett geruchsneutral macht. So, und schließt man anschließend diesen Schieber, dann schaltet sich zwar dieser Ventilator ab, aber die Kassette wird immer noch über unseren Schlauchanschluss nach außen hin entlüftet. Und das ist eigentlich auch noch ein Riesenvorteil gegenüber dem Normalzustand. Diese Kassetten besitzen alle ein sogenanntes Druckausgleichsventil, was also einen Überdruck in der Kassette, wenn sie eingeschoben ist, verhindern soll. Damit die Luft sich halt nicht ausdehnen kann. Wenn dieses Bauteil nicht drin wäre, würde sich jedes Mal beim Schieber öffnen, sich ein Druck im Grunde über den Schiebern in den Innenraum ablassen, würde zischen regelrecht. So, und unser System hat halt diesen Schlauch permanent nach außen entlüftet und somit wird auch dieser Druck im Grunde permanent abgebaut. Der Normalzustand bei diesen Ventilen ist allerdings der, dass die Kassetten dieses Ventil drin haben. Die Kassette wird auch über dieses Ventil, ich kann es mal zeigen, hier geöffnet. Allerdings, die Kassette wird in dem Moment drucklos gemacht, aber der Überdruck entweicht und zwar permanent in den Innenraum des Autos. Und das ist eigentlich dieses Problem, dass man halt mit diesen Gerüchen, auch wenn man die Toilette nicht benutzt, halt so Probleme hat. Bei uns werden diese Anschlüsse, diese Ventile verschlossen und hier werden wir einen Schlauch im Grunde anschließen, der dann zu dem dementsprechenden Lüfter geht. So, und jetzt gibt es drei verschiedene Arten einer Toilettenentlüftung. Wir unterscheiden einmal die klassische Türvariante, die Bodenvariante und die Dachvariante. Die Türvariante setzen wir ungerne mittlerweile bei Fahrzeugen ein, wo wir, wie jetzt hier die Situation, die Toilettentüre direkt auf dieser Eingangsseite ist. Also wir sagen, das Filtergehäuse, da, wo man sich jetzt vorstellt, man hätte hier den Tisch und die Stühle, das wollen wir nicht mehr nach außen bringen. Die zweite Variante, die wir wahrscheinlich auch hier einsetzen werden, ist die sogenannte Bodenvariante mit einem doch leistungsstärkeren, größeren Aktivkohlefilter, dem wir unters Auto entlüften. Die dritte und letzte Variante ist eigentlich eine Herstellervariante, wird seltenst nachgerüstet, ist eine sogenannte Dachvariante, wo man also keinen Filter drin hat. Nur da ist das nachträgliche Einbau natürlich schwierig, wenn der Fahrzeughersteller vom Möbelbau uns wenig Spielraum gelassen hat. So, ja, das ist jetzt diese Kohlefilterpatrone von dieser Bodenvariante oder auch SOG 2 genannt. So, und das Teil muss man natürlich irgendwo jetzt im Fahrzeug integrieren. Und wie ich eben schon gesagt habe, man muss da mal ein bisschen um die Ecke schauen. Also es gibt manchmal Fahrzeuge, da ist es wirklich nicht möglich, da bleibt mir nichts anderes als diese Türvariante, aber bei vielen Autos ist es halt auch machbar. So, und da stellen wir uns halt vor, oder wir denken uns, dass hier hinter definitiv ein Hohlraum ist, der Radkastenbereich. Und da schrauben wir jetzt einfach mal das Brett weg, schauen mal dahinter. Ich denke, da werden wir fündig. Der Hohlraum ist, denke ich, groß genug. Wir kriegen das Teil, ich sage mal, in den Bereich hin. Das Brett hat ja, hier sind die Anschläge, diese Schraubenköpfe sind jetzt nicht vergessen worden, reinzudrehen, sondern das sind tatsächlich die Anschläge zur Montage dieses Bretts. Die legen dann einfach das Brett hier an und schrauben es dann fest. Das heißt, das ist meine Kante. Hier so in dem Dreh, so könnte meine Filterpatrone sitzen. Und das Ganze baue ich jetzt hier mit diesem Abwasserrohrsystem, worauf unser System auch basiert, was fast jeder Hersteller verwendet. Da bauen wir uns jetzt eine Rohrleitung bis nach unten. Das Abwassersystem ist quasi das Schlauchsystem oder ein Kunststoffsystem? Das ist ein Kunststoffsystem. Ein reines, gestecktes Kunststoffsystem von der Firma Reich in dem Fall. Das ist dieses Abwassersystem, was von, ich behaupte mal, mittlerweile 80 Prozent der Fahrzeughersteller in Europa verwendet wird, um die Abwassergeschichte. Der Vorteil ist, es ist halt ein reines Stecksystem. Es wird kein Kleber eingesetzt. Man kann die ganzen Sachen gegeneinander verdrehen. Es gibt 45 Grad, 90 Grad Bögen und das ist unheimlich praktisch. So, und ich denke mir jetzt mal, ich versuche es halt so zu lösen mit einem Doppel 45 Grad. So, und wir werden dann hier an dieser Stelle wahrscheinlich die Bohrung machen für die Entlüftung nach unten. Versenken den Winkel auf den Boden. Werden dann gleich noch einen 90 Grad Bogen benötigen, dass wir dann das Teil hier platzieren. Vielleicht müssen wir dieses Rohr noch ein Stückchen länger machen. Die Schwierigkeit dabei ist aber, was die Rohrleitung angeht, dass quasi die Toilettenkassette trotzdem weiterhin immer ohne große Umwege entnommen und wieder reingeschoben werden kann. Richtig, genau. Und man muss halt irgendwie drankommen zum Filterwechsel. Aber ich sage immer, wenn ich es nachträglich einbaue, kommt man auch irgendwie ran. Natürlich versuchen wir als Werkstatt dem Kunden das so komfortabel wie möglich zu machen, dass man nicht gerade 20 Schrauben irgendwo lösen muss. Aber in den meisten Fällen. Das reine Filtersystem wird später gewechselt, ist ein reines Stecksystem, auch bei uns. Das Teil wird nur hier in diesen Kunststoff, in diesen Bogen hier reingesteckt. Später wird dann gleich der Ventilator hier oben drauf kommen. Man löst dann entweder den Ventilator oder die Patrone samt Ventilator, aber das werden wir gleich noch sehen. So, ich stelle mal davor, dass ich das so hier reinbringe. Da sitzt er eigentlich top. Und das Ganze bringt man dann da im Grunde mit diesem Rohr runter. Den Filterwechsel empfehlen Sie wie häufig? Ja, ist natürlich abhängig ein bisschen davon, wie häufig nutzt man so ein Fahrzeug. Wo verbringt man seinen Urlaub, beziehungsweise bei welchen Temperaturen. Ein Filter oder eine Anlage, die in Schweden bei gemäßigten Temperaturen betrieben wird, hat andere Anforderungen oder hat es leichter als ein Filter, der bei 40 Grad in Spanien betrieben wird. Wir empfehlen deswegen, wenn man sämtliche Ferien, sämtliche langen Wochenenden nutzt, sollte man diesen Aktivkohlefilter einmal im Jahr austauschen, um sicherzustellen, dass es nicht irgendwann doch unangenehm von hier unten anfängt auszudünsten oder zu riechen. Die Filter sind erhältlich überall im Zubehörhandel, bei diesen ganzen Campingläden, egal welche Marke, überall erhältlich. Das heißt, im Endeffekt der Kunde kann den Filter dann tatsächlich selbstständig wechseln durch das Stecksystem. Genau. Also wenn wir es nachrüsten, oder es gibt auch diese Anlage, wird auch von verschiedenen Herstellern auch werkseitig. Zum Beispiel Hymer fällt mir da ein, die sehr häufig auch die Bodenvariante in ihren Fahrzeugen anbieten. Es gibt auch noch, bei Eura wird es auch bodenmäßig gelöst, wobei die meisten Hersteller, die wir beliefern, eigentlich die Dachvariante bevorzugen. Klar, weil es von der Konstruktion beim Fahrzeugbau einfacher für die mit einzuplanen ist. Also wenn die Dachvariante quasi bei der Grundkonstruktion mit vorgesehen ist, beziehungsweise der Platz, der dann möglich ist. Richtig. Zum Beispiel Carthago hat seit über 20 Jahren einen Standard in den Badezimmern, dass ein Platz für unsere Soganlage vorgesehen ist oder für unseren Schlauch und für den Ventilator. Und die meisten Kunden bestellen sich diese Anlage ab Werk direkt mit. Aber es gibt auch manchmal, da ist die Soganlage nicht im Fahrzeug enthalten. Da kann man es aber genauso nachrüsten, als wäre es ab Werk mit drin gewesen. Weil der Platz vorhanden ist. Das Problem ist halt den Schlauch, da würden wir einen Schlauch verwenden, einen Sanitärschlauch, den irgendwo ungesehen nach oben zu bringen. Das sieht in so einem Badezimmer dann nicht besonders schön aus, beziehungsweise müsste dann ja optisch abgekastet werden, damit es eben nach oben hinweg geht. Bei Carthago ist das hinter so einer Möbelblende, da werden auch Installationen, also Elektroleitungen mit durchgelegt und da ist das einfach ein Standard. Also wir gehen ja nicht im Badezimmer sichtbar irgendwo mit einem Kabelkanal oder einem Schlauch nach oben. So, jetzt bringen wir mal das Loch hier rein. Damit fange ich eigentlich immer an. Ich baue mir die Anlage vom Austritt im Grunde auf. Jetzt haben wir hier natürlich wirklich den Komfort, dass wir hier wunderbar an jeder Stelle im Grunde bohren können. Ich habe unten drunter geprüft, dass nichts da ist. Im Boden liegen auch keine Kabel drin. Was bei einer Dachvariante schon mal problematisch sein kann, dass man im Dach verschiedene Hersteller legen, Kabelstränge in die Dachisolierung mit reinlegen. Das sind dann meistens Solarvorbereitungen oder Klimavorbereitungen oder ähnliches. Das sind einfach auch wirklich Beleuchtungen oder auch tatsächlich die Lichtschalter, die Lichtkabel, sage ich mal, die zu den Lampen an sich gehen. Also unheimlich viel Installation. So, und jetzt bohre ich mir hier das im Grunde schön vor, damit ich mich unten drunter orientieren kann. Aber wie gesagt, unten ist alles frei. So, das obere Loch werde ich jetzt ein bisschen größer bohren, weil ich hier meinen 90-Grad-Winkel tatsächlich in dem Boden versenken will, damit er flach auf dem Boden liegt. Würde auch hier funktionieren, aber dann wird hier dieser Winkel oder wird das hier unter Umständen ein bisschen zu labberig, sage ich mal. Deswegen werden wir den hier versenken. Das Loch von unten machen wir nur 29 Millimeter, gerade wie das Rohr letztendlich ist. Bei diesem Fahrzeug ist das ja so ein XPS-Boden, wie man das normalerweise nennt. Richtig. Das heißt, das Stück, was Sie da raus sägen, ist quasi die Tiefe dessen, dass man einmal durch den Boden bis nach unten durchgeht. Genau. Und das Loch, was Sie gemacht haben, ist quasi die Hilfsmarkierung für die Bohrung. Ja, richtig. Ich bohre dann einmal das Essen mit dem 4 Millimeter Bohrer vor, damit man sich, wie gesagt, nochmal orientieren kann. Man hat ja dann immer nochmal, manchmal gibt es, man kann schon genau messen, aber manchmal muss man einfach mal auf einen Zentimeter oder zwei im Grunde nochmal versetzen. Und da hat man natürlich mit so einem kleinen Bohrer nochmal mehr Chancen, als wenn man direkt groß durchbohrt. So, das ist der Querschnitt vom Fahrzeugboden. Also man sieht es ja schön, das eine ist Holz, dann kommt dieser XPS-Schaum und unten dann nochmal die Abdeckung von dem Boden. Ja, genau. So, die Stelle unten, wo wir gleich natürlich abdichten, die machen wir immer schön mit Bremsenreiniger oder mit einem anderen entfettenden Lösungsmittel, schön sauber. Und das ist unser Dichtflansch. Wir dichten das nicht einfach nur mit einfach Rohr durchstecken und ein bisschen Sickerflex oder Silikon, wie es manche Hersteller tatsächlich machen, einfach drumherum, sondern wir nehmen einen Dichtflansch, der ist von uns, da wird das Rohr gleich reingesteckt. Das ist ein separat hergestellter Dichtflansch, weil, so wie Sie es gerade auch gesagt haben, viele nehmen dann nur den Sickerflex, der dann abzupfbar ist oder eben festklebt, dichtklebt, wie es bei den Einbausteckdosen oder ähnliches gemacht wird. Genau. Dieses Rohr würde nämlich übrigens auch nicht kleben, weil es ein PE-Kunststoff ist. Da kann man ja jetzt auch Sickerflex einfach so dran machen, das geht da keinerlei richtige Verbindung ein. So, hier unten lassen wir es im Grunde gerade mal so drei Zentimeter rausschauen und hier schneide ich mir jetzt die Fahrzeugstärke im Grunde ab. Und dann werden wir das mit Sickerflex im Grunde von unten anschrauben, mit vier Edelstahlschrauben und das Ganze wird am Ende nochmal mit Unterbodenschutz abgesprüht. So machen wir das. So, manchmal mit einer Säge. Ich habe mir das angewöhnt mit einem scharfen Cuttermesser, das lässt sich nicht hervorragend schneiden. Das ist tatsächlich, wenn man gerade mal so den Schnitt sieht, tatsächlich die bessere Variante, weil man doch das Phasen dann auslassen kann. Ja. So, dann nehmen wir Sickerflex. Wir setzen da tatsächlich bewusst Weißes ein, damit der Kunde oder auch wir sehen, dass überall gleichmäßig Dichtmasse ist, aber unterm Fahrzeug wäre es ja egal. Also, dass sich das farblich hervorhebt, quasi auf der Dichtfläche. Genau. Überall wo es herausquillt, weiß man, es ist komplett dicht. Richtig, genau. Wichtig ist auch, dass man die Schraubenköpfe oder die Schraubenlöcher im Grunde schön im Grunde füllt, dass die Schraube wirklich sich gleich das Sickerflex mit reinzieht. So, von unten machen wir auch noch immer einen 90-Grad-Bogen. Der liegt auch der Packung bei. Und zwar, den stecke ich jetzt drauf, so entgegen die Fahrtrichtung, damit der Fahrtwind uns nicht reindrückt und stelle ihn auch im Grunde leicht schräg, dass er nicht direkt, wenn der Filter anfängt zu verschleißen, damit es nicht direkt rauskommt. Wenn er jetzt in die Richtung im Grunde gelenkt wird, der Abluftstrom, sage ich mal, dann hat auch bei einem verschlissenen Filter das abgesaugte Material, so nenne ich es mal, ein bisschen mehr Zeit mit sich der Umgebungsluft zu vermischen, was das Ganze dann auch schon wieder etwas abmildert, sage ich mal. Diese sogenannte Bodendurchführung ist halt dieser Dichtflansch, dieses Rohr, die Edelstahlschrauben und diese eine besagte 90-Grad-Wingel. Heißt aber auch, dass man, wenn man tatsächlich mit dem Bogen nicht auskommt, dass man eben über dieses System das beliebig verlängern kann, zur anderen Fahrzeugseite oder ähnliches? Im Bausatz ist halt ein gewisser Grundbausatz tatsächlich enthalten, der bei vielen Fahrzeugen schon absolut ausreicht, was die Schlauchlänge oder die Rohrlänge angeht. Wir haben auch verschiedene Fahrzeuge bei uns auf der Internetseite als Einbaubeispiele und da haben die Kunden also auch die Möglichkeit, die Bausätze bei uns auf der Homepage so zu kaufen, speziell für ihr Auto. Ich nenne mal so einen Dauerbrenner im Moment, diesen Weinsberg Pepper zum Beispiel, sieht man sehr häufig und da haben wir also auch im Online-Shop einen konfektionierten Bausatz, der genau für dieses Auto, wo man da nicht extra nochmal loslaufen muss und dann sich diese 90-Grad-Bogen suchen muss oder 45-Grad-Bogen. Das reicht, da brauchen wir noch einen Bogen. Und das Schöne bei diesem Abwassersystem ist, es ist halt in jeder Richtung verdrehbar und das ist halt immer schön. Das Abwassersystem selber, haben Sie ja gesagt, ist die Marke Reich. Zum Beispiel, das Siphon hier unten drin von Ihrer Duschwanne ist auch von dieser Firma. So, machen wir da eine Schelle hin, damit da nichts mehr passieren kann. Aussaugen mache ich immer am Schluss, vielleicht kommt ja nochmal ein bisschen Schmutz dabei. So, der stützt sich hier schön ab, da wird nichts rappeln. Das bedeutet, der Filter hält jetzt nur durch die Verrohrung und ist deswegen natürlich auch leichter zu entfernen, als dass man jetzt tatsächlich nochmal eine Halteschelle oder ähnliches daran befestigen würde. Richtig, was soll ich da noch großartig, der ist nachher durch das Brett hier drin, der kann nicht hin und her, der sitzt hier hinten auf. Das Rohr an sich ist auch sehr stabil. Da sehe ich jetzt keinen Nutzen, da noch zusätzlich mal irgendwas im Grunde anzuschrauben. Jetzt könnte man sich nachher natürlich überlegen, was macht man jetzt mit diesem Brett. Machen wir dann eine Revisionsöffnung, schneiden wir einfach hier so ein Stück später raus. Macht es wahrscheinlich einfacher, bevor man da ein quadratisches oder rechteckiges Loch im Grunde hat. Dass man leichter drankommt natürlich. Da schaue ich mir dann immer am Ende an. Jetzt machen wir erstmal den Lüfter bzw. Kabelbaum, die Elektrik und dann schauen wir mal an, wie viel man da im Grunde braucht, um bequem an den Filter dann später ranzukommen. Also wir sagten ja, wir schalten den Ventilator ein über das Schieber, öffnen und schließen. So, der Schiebermechanismus da, wo die Kraftübertragung stattfindet, an der Kassette ist es ja einmal dieser blaue Knebel hier, der die Kassette, ich mache es mal kurz ein bisschen auf, der öffnet einem die Kassette und der Übergang, wo die Kraftübertragung stattfindet, ist das hier. Das öffnet dann letztendlich die Kassette. So, und an dieses Drehteil, da gibt es jetzt einen kleinen, früher war es ein Rollenhebelschalter, bei der Toilette ist es ein kleiner Federschalter. Bei der Dometic Toilette CT3000 oder 4000 heißt es ja heute, da gibt es tatsächlich schon ein paar Kleinigkeiten, die Dometic für uns vorbereitet hat. Da schalten wir es allerdings mit einem Riedkontakt, also einem Magnetschalter ein und da hat man an der Kassette tatsächlich eine kleine Lasche, sage ich mal, oder eine Vertiefung gelassen, wo unser Magnet tatsächlich reinkommt. Das heißt, der Hersteller Dometic ist tatsächlich auf das System so vorbereitet, beziehungsweise hat für den Kunden da die Vorbereitung schon vorgenommen. Genau, also, ja, kann man jetzt hier nicht sehen, aber da gibt es tatsächlich eine Stelle, die hätte der Kunde früher aufwendig bohren müssen und da haben die gesagt, komm, das machen wir da rein, das System finden wir gut und ja, macht uns oder den Monteuren generell das natürlich deutlich einfacher. Das zeigt ja auch, dass ein Hersteller davon, von dem System auch selbst überzeugt ist. Ja, ich denke schon. So, und unser Schalter, früher bei verschiedenen anderen Varianten musste man sich die Stelle, wo wir diese Bewegung quasi abgegriffen haben, tatsächlich suchen. Da hat man es meistens hier an diese Wand rangebracht. So, bei dem System ist der Abstand hier etwas größer gewesen und da haben wir uns was anderes überlegt. Und zwar, wir haben ein Aluminiumteil, ein längliches Teil, was mit den originalen Schrauben in der Kassette oder ja, in der Toilette im Grunde befestigt wird. Das heißt, ich nehme diese Schrauben raus, nehme das Teil, setze es oben ein und schraube die Schrauben wieder rein. Und somit sitzt der automatisch auf dem Punkt, man muss die Stelle nicht mehr suchen. Das ist ein individuell gefertigtes Teil, das bedeutet, je nach Toilettenschacht oder Hersteller ist das ein anderes. Genau, richtig. So, damit der Schalter mir jetzt nicht so runterfällt, halte ich jetzt das Kabel so ein bisschen auf Spannung. Und dann wird hier vorne, so steht es auch in der Einbohrenleitung, immer die originale Schraube verwendet, die wir vorher rausgedreht haben. Bei der hinteren Schraube verwenden wir eine längere, die natürlich im Bausatz enthalten ist. So, jetzt könnte man das schon mal überprüfen. Man hört den Schalter ja so minimal klicken, jetzt auch, wenn er nicht elektrisch angeschlossen ist. Genau. Und dann sitzt er hier oben absolut problemlos, schön geschützt, gerade speziell, wenn man mal mit dem Lappen reingeht und reinigt, kommt man also nicht dran. Dem Schalter passiert eigentlich nie was, weil er auch immer auf der gleichen Stelle sitzt. Sobald da eine neue Toilette auf den Markt kommt, besorgen wir uns diese Toilette und machen uns dann Anschlüsse, Kabelbäume, sehen zu, dass wir das auch für die Toilette hinkriegen. Und bisher sind wir eigentlich nie gescheitert. Das heißt, es gab niemals ein Fahrzeug, wo man sagen musste, hier kann das nicht eingebaut werden. Nein, das ist richtig. Das gab es so in der Form noch nicht. Natürlich muss man auch unterscheiden, was will der Kunde. Wenn jetzt ein Kunde sagt, ich möchte unbedingt eine Bodenvariante und ich habe definitiv keinen Platz für eine Bodenvariante, dann muss der Kunde das so mehr oder weniger auch akzeptieren. Das ist aber dann unter dem Thema Bastler beziehungsweise Tüftler, hat ja letztendlich damit zu tun, dass ein Reisemobil, egal ob Wohnmobil oder Wohnwagen, natürlich auch ein bisschen mit Hobby verbunden ist. Ja, von ständig. Und dann hat man natürlich auch gerne Zeit und Möglichkeiten darin investiert. Ja, wobei die Leute, die waren früher, früher war das noch mehr so ein Thema. Früher hatte man wirklich so ein Fahrzeug und viele haben selbst Solar, selbst Antennen draufgeschraubt. Das sehe ich jetzt heute in den Werkstätten weniger. Das hat sich verändert irgendwo. Die Leute wollen lieber ein Fahrzeug haben, wo alles drin ist und wollen dann halt klar ihren Urlaub genießen. Ist ja auch in Ordnung, um Gottes Willen. Diese ganzen Kleinteile, die wir hier sehen, wie jetzt Kabelbinder, diese Flachsteckhülsen, Flachsteckzungen, die sind alle natürlich dabei im Bausatz in begrenzter Menge. Der eine oder andere wird sagen, ich hätte einen mehr gebraucht. Aber grundsätzlich ist das Set so ausgestattet, dass es eben für die Grundvariante ausreichend ist. Ja, richtig. Bei dem Grundbausatz wäre jetzt dieser sogenannte, ja, so zwei Lüfter mit diesem geraden Abgang nach oben dabei. So, jetzt haben wir aber hier die Situation, dass wir nach oben hin doch ein bisschen wenig Platz im Grunde haben. Dafür bieten wir aber auch in verschiedenen speziell zusammengestellten Bausätzen, die wir eben schon mal erwähnt haben, den Türlüfter an. Der Türlüfter hat halt hier direkt eine Abgröpfung um 90 Grad. Und den setzen wir jetzt hier ein, weil der uns hier wunderbar hier oben reinpasst. Das wäre natürlich nicht in so einem Standardbausatz enthalten. Die Lüfter, das ist mal zum Vergleich noch gerade ein Soglüfter übers Dach, der Grundlüfter ist immer der gleiche. Es sind immer nur die Anschlussteile, die wir dann verschieden hier verarbeiten. Und hier weiß ich jetzt, der wird nicht passen. Nehmen wir uns diesen sogenannten Türlüfter als Bodenlüfter. So, jetzt haben wir noch hier diese offenen Stellen, die offenen Kabelstellen. Viele denken oder manche meinen, man müsste sich ja bei einer Suchanlage noch extra Strom hinlegen. Das ist wirklich in den allerseltensten Fällen der Fall. Es gibt Toiletten, die tatsächlich ohne eine Elektrik auskommen. So, aber hier die meisten Toiletten werden ja elektrisch gespült, sprich über die Wasserpumpe. Und somit besteht eigentlich bei jeder Toilette eine Stromverbindung. So, und das ist jetzt der Kabelbaum von den TETFOR Toiletten. Der sieht bei vielen Toiletten gleich aus. Die Kabelfarben rot und schwarz, klar, sind Plus und Minus. Und da sind unsere Kabelfarben genauso. Das heißt, von dort muss abgegriffen werden? Von da wird abgegriffen. So, das könnte man natürlich jetzt mit Vago-Klemmen machen oder von einem anderen Hersteller. Lüster-Klemmen sind nicht zu empfehlen, haben im Fahrzeug nichts zu suchen. So, jetzt werden wahrscheinlich viele im Grunde schimpfen, dass ich diese sogenannten Kabeldiebe, Stromdiebe, Abgreifverbinder im Grunde verwende. Wir setzen die seit über 20 Jahren ein. So, und wenn man die ordnungsgemäß gleich verschließt, hier mit so einer kleinen Wasserpumpenzange, und der Kabelquerschnitt stimmt, das ist nämlich das größte Problem. Diese roten sind tatsächlich für Kabelquerschnitte bis ein Quadrat. Wir haben es hier mit 0,75 oder 0,75 Quadrat zu tun. Und dann passt das auch. Also, wenn ich den jetzt hier einsetze, ist das eine absolut ausreichende Verbindung für unseren Ventilator, der eigentlich auch relativ wenig Strom braucht, nur 0,08 Ampere. Das ist etwas unter einem Watt. So, die habe ich jetzt hier mit so einer Wasserpumpenzange verdrückt. Kontrolliere nochmal, ob mein Kabel auch nicht rausrutscht. Und dann ist das so. Hier mache ich dann meistens eine kleine Zugentlastung noch hin mit dem Kabelbinder, das Falzvermaldruck irgendwie dran zieht. Keine Kraft einwirkt. So, das bedeutet, das Kabel ist jetzt tatsächlich dieses, was von dem Kontaktschalter hinten weggeht, über das Blech. Und zwar so, dass die Kassette weiterhin reinpasst. Genau. Rein- und rausgeschoben werden kann, über den Kontaktschalter, der Federschalter bis hin zu der Verkabelung. So ist es. Das bedeutet, da ist jetzt die Steuerung für den Ventilator. Genau. Wenn wir es jetzt ausprobieren, vorausgesetzt, im Fahrzeug ist Strom 12 Volt, meistens auch die Wasserpumpe, meistens hängt die Toilette, der Toilettenstromkreis auf der Wasserpumpensicherung. Wenn das jetzt innen drin eingeschaltet ist, sollte es eigentlich laufen, indem wir das jetzt hier aufmachen. Und wir hören, es läuft. Dann kümmern wir uns mal um die Kassette. Sobald wir eine Soganlage im Grunde an der Toilette dran haben, müssen alle potenziellen oder alle anderen Öffnungen verschlossen werden. Und meistens ist es halt die eine Öffnung, dieses sogenannte Druckausgleichsventil, was halt verhindert, dass die Kassette tatsächlich wie ein leerer Kanister auseinandergeht, wenn es warm wird. So, dieses Ventil hier, früher wurde das im Grunde manipuliert von uns mit entweder Klebeband oder mit einem Sekundenkleber. Mittlerweile haben wir da ein passendes Formteil für, ein Blindstopfen. Das heißt, wir nehmen einfach dieses Überdruckventil raus, diesen Bajonettverschluss. Das kann man wegschmeißen. Man hat eigentlich keinerlei Verwendung mehr dafür. Sonst würde man ja das Sogsystem damit außer Kraft setzen. Jein. Also es würde, erst mal würde es, weil wenn unser Lüfter läuft, würde er über dieses Ventil neben Luft einziehen. Dann hätte man also weniger Saugleistung da, wo wir sie haben wollen, an dem eigentlichen Toilettenbecken. Plus, es kommt noch ein Phänomen dazu, und zwar während der Fahrt entsteht in den Autos ja immer ein leichter Unterdruck. Und dieser Unterdruck würde dann erst recht Geruch aus dieser Undichtigkeit ins Fahrzeug reinziehen. Häufig, oder es gibt verschiedene Toiletten, da wurde das damals bei der Montage vergessen, dieses Ventil zu verschließen. Und die Leute beschreiben dann immer das Phänomen, ich kenne es auch allerdings vom Abwassertank her, es ist das gleiche Prinzip. Sobald man das Fenster aufmacht, ein Stück, zieht einem regelrecht dieser Unterdruck den Geruch aus der Kassette an sich vorbei und geht dann aus dem Fenster raus. Riecht dann halt während der Fahrt. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass entweder hier was undicht ist, an dem Ventil eine defekte Dichtung, die man auch alle vier, fünf Jahre ruhig mal erneuern sollte. Die Schieberdichtung. Könnte auch mal sein. Klar, die werden mit den Jahren, wird diese Dichtung flacher. Durch den permanent eingeschobenen Druck wird die flacher. Auch unten die Dichtlippe wird flacher. Und der Hersteller sagt, glaube ich, alle drei bis vier Jahre sollte man die erneuern. Das ist richtig. Wenn der Deckel hier, wie jetzt hier, wenn die Dichtung diesem Deckel noch ein bisschen Widerstand bietet, ist das in der Regel noch okay. Sollte man aber diesen Deckel hier so liegen haben und ich schnipse den so an und der schnellt so nach vorne, dann ist die Dichtung verschlissen. Die hat nur ein Dichtmaß von, sagen wir mal, so zwei, drei Millimeter, wo sie nachgeben kann. Wenn die also um zwei Millimeter einfällt, dichtet sie nach oben hin nicht mehr ab und dann meistens unten auch nicht mehr. Der Anschluss für unsere Sog. Wir nehmen den Originaldeckel und bohren hier jetzt ein 35 Millimeter großes Loch rein. Das machen wir mit dem Kronenbohrer. Kontrollieren, 35. So, dann wird dieser Nutgummi eingelegt. Also das Dichtgummi. Das ist ein Dichtgummi, genau. So, dann haben wir hier eine Hülse. So, und diese Hülse wird jetzt gleich einfach nur durch den Gummi durchgedrückt. Es empfiehlt sich, so steht es auch in der Einbohrenleitung, mit ein bisschen Spülmittelwasser, das ein bisschen anzufeuchten. Dann drückt das sich ein bisschen einfacher rein. Klack, dann ist er drin. Und das war der eigentliche Anschluss, wo jetzt gleich entweder zum Entsorgen der Verschlussstöpsel draufkommt oder gleich der Schlauchanschluss. Der Verschlussstopfen ist dafür da, dass letztendlich, wenn man entsorgen möchte, dass einem nicht vorher das Ganze entgegenkommt. Richtig, genau. Jetzt drehe ich den Schlauch einfach auf diesen Ventilator. So, jetzt können wir halt mal schauen, wo es interessant wäre, die Blende auszuklinken. Klar, man könnte natürlich auch sagen, als Endkunde, ich habe damit kein Problem, diese vier Schrauben einmal im Jahr zu öffnen. Dann könnte man es auch komplett zulassen, mal vom Schlauch im Grunde abgesehen. Jetzt sagen wir, wir lassen, wir gehen hier, wo macht das Sinn? Sinn, Sinn, Sinn. Das ist dann aber auch wieder das Thema individuelle Anpassung. Richtig, wie es der Kunde will oder wie es, manchmal muss man es einfach machen. Da hat man manchmal als Kunde, muss man sagen, auch keine Wahl, großartig. Sag ich mal. Als Monteur muss man dann aber auch wieder universell agieren. nicht nur die reine Abwasserseite, die Elektrikseite und dann am Ende auch noch die Holzbearbeitung. Ja, ich sage immer, das ist sowieso hier in dieser ganzen Branche. Sobald man so als Reisemobilmonteur, ich finde es schade, dass es kein Ausbildungsberuf ist, weil es so dermaßen vielseitig ist. Meistens sind es immer Quereinsteiger, Elektriker, Schreiner, aber man könnte das, ich finde das schade für den Ausbildungs, wie soll man sagen, also ich finde es wäre ein toller Ausbildungsberuf. Man hat 230 Volt, man hat 12 Volt, man hat Gas, man hat Wasser. Um riesengroßes, riesengroßes Feld, was man da eigentlich bedienen könnte. Letztendlich wird das Brett wieder an diesen bestehenden Vorhalteschrauben dazu eingeklingt. Richtig, das ist quasi der Anschlag, eine Montagehilfe ab Werk. So, jetzt schaue ich mir halt die Schlauchführung an. Ist jetzt hier ein bisschen schade, dass wir hier nicht mehrere Möglichkeiten haben, hier oben irgendwie den Schlauch. Ideal wäre, oder ist eigentlich, wenn der Schlauch tatsächlich von der Seite an die Toilette rankommt. Dann haben Sie später die Möglichkeit, besser hier abzuziehen und er wäre hier fixiert. Hier oben haben wir schon so Schellen vom Hersteller. Jedes Mal, wenn man entsorgt, muss halt der Schlauch dann abgesteckt werden. So, dann zum Entsorgen, beziehungsweise nach dem Entsorgen. Ich lege diesen Verschlussstöpsel immer in diese Griffmulde. Da ist er gleich, wenn das Ausriss so rumgeklappt ist, eigentlich komplett gesichert. Kann nirgendwo verschwinden. Also er kann sich auch nicht losrappeln, durch den Schacht wackeln. Richtig, weil hier besteht ja unter Umständen die Chance, dass wenn man ihn jetzt hier hinlegt, dass er hier irgendwo reinrutscht, dann rutscht er weiter unter irgendwelche Teile. Man findet ihn nicht mehr, aber sobald man den da oben reinlegt, ist er eigentlich, ist er komplett gefangen. Beziehungsweise noch ein bisschen Unterbodenschutz drunter. Ist kein Muss. Manche fühlen sich damit glücklicher, wenn es drunter ist. Ist letztendlich fürs bessere Gefühl. Ja. Es gibt auch Fahrzeuge, die haben halt Unterbodenschutz drunter. Und wenn man dann diese Stelle im Grunde reinigt, klar wird man den Unterbodenschutz wieder entfernen. Deswegen, wir haben uns das angewöhnt, eigentlich direkt wieder drauf zu machen. Gibt es Dinge, die der Nutzer im Nachgang beachten muss, in den ersten 24, 48 Stunden oder ähnliches? Nein. Da muss man auch sagen, also selbst dieses Sickerflex, sobald ist, also wenn ich das Sickerflex auftrage, was die Abdichtung von unten angeht, nach einer halben, dreiviertel Stunde hat da sich schon so eine Haut im Grunde gebildet, dass es auch, wenn es jetzt wirklich am Regnen wäre, könnten Sie damit Probleme fahren. Ja, hier gibt es noch so eine kleine Wartungs- und Bedienungsanleitung zu der Anlage dabei. Da steht das mit diesem Filterwechsel nochmal drin, wie man entsorgt. Also wir kontrollieren dann nicht nach jedem Einbau, das wäre zu aufwendig. Aber wenn jetzt mal ein Problem an der Sog an sich ist oder auf den Messen, wie die Funktionswirkung ist, kann man am besten mit so einem kleinen Räucherstäbchen zeigen. Das können wir hier mal kurz ausprobieren. Schauen wir mal zu. So, die Saugleistung einer Soganlage beurteilen wir immer, indem wir ein Räucherstäbchen nehmen, etwas Qualmendes, was man wirklich in die Toilette tatsächlich reinhält. Jetzt gibt es manche, die sagen, ich halte das Räucherstäbchen hier oben irgendwo ins Toilettenbecken. Das wird nicht funktionieren. Dafür ist der Querschnitt oder strömungsmäßig ist das Ganze nicht ausgelegt. Wir erzeugen nur einen Unterdruck, der ausreichend ist, damit die Gerüche nicht nach oben steigen. Ich empfehle wirklich oder man kann wirklich von Herzen empfehlen, die Chemie oder die sanitären Zusätze komplett wegzulassen. Oder anders. Viele denken immer, man braucht diese Zusätze, damit die Zersetzung oder das Auflösen im Grunde beschleunigt wird. oder überhaupt sich dann überhaupt irgendetwas verändert in der Kassette. Das ist eigentlich komplett falsch. Die Zusätze haben eigentlich die Aufgabe, einen natürlich entstehenden Zersetzungsprozess zu unterbinden beziehungsweise zu verlangsamen, damit nicht zu viel Geruchsstoffe sich bilden. Das eigentliche Verflüssigen, so nenne ich es immer, passiert ohnehin in der Kassette durch den hohen Anteil von Flüssigkeiten. Es ist ein Zerfließen. Und wir verwenden auch ein ganz normales, handelsübliches Toilettenpapier aus dem Discounter, ein zwei- oder manchmal sogar ein dreilagiges. Man muss manchmal ein paar Sorten ausprobieren, aber wir benutzen normales Discounterpapier. Kein Recycling. Recycling ist einfach von den Zellstrukturen ein bisschen zu grob. Das tut sich schwer beim Auflösen. Aber im Normalfall, wenn die Kassette befüllt ist, man geht zum Entsorgen und entsorgt, sieht man eigentlich keine nennenswerten größeren Papierteile mehr. Das muss ich ausgießen lassen. Hat die Chemie, die Anwendung der Chemie negative Eigenschaften auf den Filter? Ja, es ist natürlich ein Geruchsstoff, muss man sagen. Natürlich würde man da alles, was an Chemiegeruch, sag ich mal, drin wäre, rausfiltern können. Weil die Aktivkohle doch eher halt für andere Stoffe gedacht ist. So Ammoniakverbindungen und so weiter. So, nach dem Einbau bleiben zwei Teile übrig. Das Entlüfterventil? Ja, richtig. Also viele Kunden schmeißen es weg. Manche möchten es unbedingt wieder mitnehmen. Manche denken, man könnte es irgendwann wieder reinmachen. Eigentlich ist es Quatsch. Weil, selbst wenn der Super-GAU der schlimmste Fall mal eintreten würde, es wäre irgendwas mit der Sohnanlage, der Mikroschalter, der Lüfter, irgendwas wäre kaputt. So, dann hätten wir zwar nicht mehr die Absaugung bei der eigentlichen Toilettenbenutzung, aber wir haben immer noch diesen Druckausgleich über unseren Schlauch nach außen. Und das ist allemal besser als über dieses Ventil, wo der Druckausgleich in den Innenraum geht. Ich hoffe, das Video konnte euch einen guten Einblick in den Einbau und die Funktionsweise des Sogsystems geben. In einem separaten Video gibt euch Patrick Siklor wichtige Tipps in Umgang und Pflege mit dem Sogsystem. Lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal. Schreibt mir insbesondere in die Kommentare, ob ihr in Zukunft planen werdet, so einen Einbau vorzunehmen oder ob ihr erfolgreich beim Einbau wart. Euer Entdeckerfuchs.